Der SpinCube ist ein mobiler MET in einem Modulgebäude. Dieses Modulgebäude ist mit unserem Partner zusammen entwickelt. Wir bieten dafür eine gebrauchte mobile Siemens MET-Lösung an. Dieser ist sehr schnell einsatzbereit auf der ganzen Welt. Hierzu ist nur einfach ein normaler Kran notwendig. Nach dem Motor Plug and Play benötigen Sie dazu eigentlich nur noch eine ausreichende Stromversorgung und nach der Netzwerkanbindung, können Sie sofort mit den Patientenuntersuchungen starten. Wir haben ganz stark natürlich am Design gearbeitet. Das ist alles natürlich individuell kundenanpassbar. Jeder Kunde wählt sein Design selbst aus. Wir machen Vorschläge. Wenn Sie sich hier umschauen durch diese LED-Technologie, haben wir ein ganz schönes Tageslicht. Jeder Patient, auch klaustrophobische Patienten, fühlen sich hier sehr wohl, weil alles sehr hell gestaltet ist und die Patienten können hier ganz ruhig und ohne Angstzustände hier ihre Untersuchungen durchführen lassen. Modell